Liebe John Sinclair Fans, viele Grüße aus dem Studio, wo wir gerade die Nummer 50 der John Sinclair Classics aufnehmen, in den Katakomben von Paris, die letzte dieser Folgen und ich kann euch sagen, es wird wieder grandios. John muss in Paris Belphegor jagen und eigentlich soll ich gar nicht dabei sein, aber ich lasse ihn doch da nicht alleine. Ich fliege von Tibet aus los und ob ich es rechtzeitig schaffe oder nicht, werdet ihr dann sehen. Viel Spaß damit, euer Zuko. Tschüss.